Herzlich Willkommen zu Neumarkt TV. Wir sind heute zu Gast im Zirkus Renz, der gastiert in Neumarkt unterhalb der Festung Wolfstein. Und wir blicken mal hinter die Kulissen. Zum dritten Mal jetzt starten wir die neue Saison hier im schönen Neumarkt. Wir fühlen uns hier sehr wohl, fühlen uns auch sehr heimisch. In diesem Jahr sind wir wieder mit einem neuen Programm dabei. Das heißt, es fängt an von fliegender Luftakrobatik, wie Jongleure, Feuerspucker, Seiltänzerinnen, Frühjongleure, edle Rassepferde, darunter Vollblut-Arabapppferde, amerikanische Pinto-Scheck-Hengste. Ja, mittlerweile sind wir hier in der siebten Generation. Natürlich sind wir nicht auf den alten Stand stehen geblieben. Man sieht, wir haben hier moderne Zeltanlagen, sind mit den modernsten Ton- und Lichttechniken ausgestattet. Niemand muss bei uns im Zirkuszelt frieren. Unsere Zeltanlagen sind beheizt. Wir freuen uns riesig auf unseres Publikum und hoffen, dass wir uns bald sehen in unserem Zuhause. Das war's aus dem Zirkus Renz. Noch bis zum 12. März können Sie ihn hier besuchen. Darum. Untertitelung des ZDF, 2020